Herzlich Willkommen zurück zu einem neuen Part und heute werden wir noch weiter das Außengelände erkundigen, erkunden. Oh, Lentotovie! Und in der Küste haben wir Eisweile. Ja, das wird hier nicht passieren. Oh, wir sind jetzt hier. Aber hier entwollte ich gar nicht mal. Oh, wir müssen es nur schaffen hier lebendig rauf zu kommen. Oh. 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 Ich bin ein Lied, ich bin ein Lied. guck nicht so ja oh lass mich doch in Ruhe na wer sich mit mir anlegen wie es scheint wilder schreien sich mit mir anlegen gut dann schauen wir mal was wir hier noch so finden werden hmm ja mal sehen ouch gibt es vielleicht irgendwelche nützlichen Bücher jo kiddin das war mir eine tolle grandios Idee hmm okay was haben wir hier drin probine probine ab 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 Darf ich hier bitte drin lesen in Ruhe? Er zur Seite. Am heutigen Morgen wurde mir eine Tochter geboren. Dem königlichen Trazionen folgend nannte ich sie Zelda. Das Gebrauchen von Federn Tinde liegt mir nicht. Doch ist der heutige Tag Anlass genug eine Krone zu beginnen. Die Berichte über Reliktfunde häufen sich. Die Vorhersagen des Weissagers erweisen sich als zutreffend. Die Verheerung Garnon ist kein Fabelwesen, sondern exerziert in Hyrule tatsächlich. Wir müssen alle Relikte erforschen. Doch allein für die vier Titanen wird dies Zeit brauchen. Zeldas Augen erstrahlten, als ich ihr von den Relikten erzählte. Sie scheint eine Begabung für die Wissenschaft zu haben. Der Tod der Königin kam plötzlich. So plötzlich, dass mir alles noch wie ein böter Traum erscheint. Zelda weint. Weder bei ihrem folgenden Staatsbegräbnis, noch tut sie es, wenn sie mit mir alleine ist. Vielleicht liegt es daran, dass ich ihr immer wieder sage, dass eine Prinzessin Selbstbeherrschung zeigen muss. Für eine Sechzjährige war ihr Verhalten herausragend. Ich muss sie im Geiste ihrer Mutter erziehen. Zelda ist von ihrem Besuch an der Quelle zurückgekehrt. Ihre Kräfte, die Verheerung zu versiegeln, sind nicht erwacht. Der Tod ihrer Mutter ist nun ein Jahr und drei Monate her. Vielleicht hat sie dies immer noch nicht ganz überwunden. Drohte nicht die Prophezeiung von der Verheerung Ganon. Sich zu bewahrheiten, ließ ich ihr alle Zeit der Welt. Doch die Zeit läuft für uns davon. Es tut mir in der Seele weh, ihr so befehlend, ihr Training den Quellen zu intensivieren. Ihr hört, dass Zelda weiterhin an den Relikten forscht und beschloss sie dazu zu befragen. Sie gaben nur, ich habe vor, nur in ihrer Freizeit zu forschen. Dennoch schalte ich sie. Ihr Kräfte erwacht nur deshalb nicht, weil sie ihre Zeit verplempert, Wissenschaftlerin zu spielen. Um ehrlich zu sein, verstehe ich Zeldas Gefühle. Sie verlor ihre Mentoren, ihre Mutter, bevor sie von ihr lernen konnte. Seit zehn Jahren nun versuche ich sie vergeblich, sich selbst etwas beizubringen, für das es kein Lehrbuch gibt. Im Schloss tuschelte man hinter ihnen ihrem Rücken über sie und sie, ihr einziger Wander schält sie. Das ist es nicht verwunderlich, dass sie sich ihren Relikten flieht. Ich muss sie jedoch dazu bringen, ihr Schicksal zu erfüllen. Was berichtet mir, dass er zur Quille der Weisheit gegangen ist? Dies ist womöglich ihre letzte Chance. Erwachten ihre Kräfte in Rheinell nicht, dann gibt es kaum noch eine Hoffnung. Wenn sie noch diesmal wieder erfolglos rückkehrt, werde ich sie trösten, anstatt sie zu schelten. Hä? Geil. Die spirituellen Übungen, die ich ihr nun seit zehn Jahren auferlege, waren vielleicht ein Irrweg. Vielleicht erwacht ihre Kräfte der Führung auf andere Art. Meine Hoffnung ist, dass die Erforschung ihrer geliebten Relikte ihr zu Einsichten über ihre Kräfte verhilft. Doch vorerst werde ich die Rückkehrmertochter warten. Nicht als König, sondern als Vater. Ja, das wurde ja nicht so sehr. Und was haben wir im geheimen Zimmer des Königs? Drei Rubine. Meine jetzt. Und neue Schild. Meine Schilde sind voll. Deswegen schmeiß ich einfach mal so frech den Schild weg. Hey, lass mich in Ruhe. Hm. Das sollte nicht passieren. Da ist noch ein geheimes Zimmer. Ich glaube, aus dem kam ich. Autsch. Können die nicht alle meine Ruhe lassen? Ich habe keine Lust, mit euch zu kämpfen. Hm. Ich beschütze dich. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich, warte mal, irgendwas hieß sie auch mal. Ähm... Ich sollte mal besser die ganzen Dörfruh, die Urien mal besuchen. Ja, ich werde mich danach beschäftigen. Ich werde mich danach beschäftigen. Ach du liebe Güte. Der ist ja noch kranker. Läuft er mit einem Riesenschwert durch die Gegend. So. Soll ich jetzt erst mal bleiben. Wirf der Bidollenstein ab. Ein Rostius Schwert. Nein, das will ich nicht tun. Ich denke, ich seh den nicht. Okay. Leibwache gewandt. Hiermit ziehe ich das Schwert aus dem Sockel. Die Schieker versuchten mit Artikeln Weisheiten das Heilige Bandschwert nachzuahnen, um die Verheerung bekämpfen zu können. Das ist stark, aber da ist zu zerbrechlich. Ich habe ein Geschenk für... Warte. Ja. Wenn er gedacht hätte, ich hätte ihn gesehen. Ähm. Wo ging's da lang? Ah. Noch einer, der... Irgendwie... Wenn ich die Waffe geworfen hätte, hätte ich mich nicht mal angreifen können. Elektroschwert. Ja. Schneller, schneller. Und in der alten Truhe haben wir... Antike Pfeile. Was tut denn der? Mach's nochmal, bitte. Äh. 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 Ähm. 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 Hmm. Und? Triff doch mal. Bitte. Bitte. Link, was? Tschüss, du! Ja! Was ist das? Bitte. Und? Das kann nicht wahr sein. Bitte, funktioniere mal. Das kann nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein. Nein, ich will den Krog haben. So, das müsste doch klappen. Das kann nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein. Ich hätte wie früher mit dem Bogen anfangen sollen. Und das war's wieder erstmal vom Part. Ich hoffe, ihr konnt euch schön aufregen über diesen kleinen Krog, so wie ich. Und man seht sich im nächsten Part. Ciao. Das kann nicht wahr sein. 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 Das kann nicht wahr sein.